Kreolisches Püree mit Kochbanane Zutatenteil 1-2 Süßkartoffel, ca. 100 g 1-2 Kochbanane, ca. 100 g, 20 g Hähnchenbrustbratsaft, Butter, in etwa Haselnussgruß, 1 Schuss Milchrezept-Zubereitung, 10 Minuten, Garzeit, 20 Minuten. Die Süßkartoffel 20 Minuten lang dämpfen. Nach 10 Minuten, die in kleine Teile geschnittene Banane hinzugeben. Nach 15 Minuten, das Hähnchenfleisch für die restlichen 5 Garminuten hinzugeben. Nach dem Garen, Süßkartoffel, Hähnchen und Banane in die Schüssel des Mixers geben und mixen. Mit einigen Löffeln Bratsaft nach Bedarf verfeinern. Die Butter in das noch warme Püree geben. Trauen Sie sich. Anstelle der Kochbanane kann auch ein Apfel verwendet werden. Und noch eine kleine Idee die in Scheiben geschnittene Banane in etwas Ettenöl anbraten lassen.